Ich begrüße euch und sage hiermit willkommen zu einem neuen Ankündigungsvideo bzw. Informationsvideo. Ja, ihr wundert euch bestimmt, wieso zeigt der Affe schon wieder seine Facebook-Seite. Ganz einfach, ihr könntet die mal wieder ein bisschen liken, bzw. euch da mal liken, dann bekommt ihr auch bestimmte Informationen, wie zum Beispiel, ich zeige euch mal ein bestimmtes Bild hier, so ein Bildchen hier. Das hier ist nämlich das neue Thumbnail für ein neues Minecraft-Projekt. Aber ja, ihr könntet ja mal rausführen in die Kommentare schreiben, was das so wird. Und, ähm, dafür muss ich auch schon mal Danke sagen an, äh, Cuddle Media oder Cuddle irgendwas. Ihr werdet den Link in der Beschreibung finden, guckt da mal auf seinen Kanal vorbei. Er hat mir da so den netten Skin so ein bisschen animiert, meinen Face ein bisschen verändert. Und, ähm, dafür sage ich schon mal auf jeden Fall Danke. Und ja, so, deswegen, ja, da könntet ihr zum Beispiel so ein paar Informationen bekommen. Aber das ist nicht der Hauptgrund, wie ich euch das jetzt gerade zeige. Ansonsten, ich zeige euch das aus einem ganz anderen Grund. Aus diesem Grund hier. Ach, nicht aus diesem Grund, verdammt. Aus dem Grund hier, kann ich das nicht groß machen? Wollen wir so. Na los, mach's mal größer hier. Jetzt braucht ihr Ewigkeiten dafür, weil ich gerade am hoch- und runterladen bin. Tut mir gerade leid, aber, ach, komm. Also man sieht ja schon, was es in der Fall soll. Wartet mal, ich hol's hier mal auf. So, und, äh, man sieht ja hier gerade, ähm, was es im Sinne so darstellen soll. Das ist nämlich das erste T-Shirt mit Game Receives-Logo drauf. Das Logo ist übrigens von DK5 aus dem Intro, wenn das mir mit aufgefallen ist. Und, ja, da hab ich halt ein paar Anfragen bekommen. Ja, wir würden uns eventuell so ein T-Shirt kaufen und so weiter. Wie viel würde das denn kosten? Jetzt hat mein Internet, glaube ich, auch abgeschmiert. Deswegen funktioniert das hier auch gerade nicht. Ist aber nicht so schlimm. Ähm, und, ja, da hab ich mir halt gedacht, ja, wie mach ich das? Weil ich hab das ja bei Spreadshirt bestellt. Kennen bestimmt viele, hat GLP auch seinen Fanshop. Und, ähm, ich will damit eigentlich auch gar kein Geld machen. Damit mach ich auch so gut wie gar kein Geld bei diesem Shop. Ich zeig euch das mal ganz kurz. Das würde dann so aussehen. Ich würde euch den Link in die Beschreibung packen. Und dann könntet ihr ganz einfach via Paypal so ein T-Shirt hier kaufen. Gut, das vergeht jetzt natürlich nicht. Das ist logisch, weil ich kein Internet habe. Wartet mal ganz klar. So, jetzt ist mein Internet wieder an. Ich hab da mal ganz kurz einen Fehlerbogen. Und, äh, ja, dann könnte man hier halt ganz bestimmte Farben auswählen. Ich weiß, ich denk mal, ich hab's im Schwarz genommen und da sieht's wirklich am besten aus. Ne, wenn man sagen will, wenn wir das unbedingt in Gelb haben. Okay, in Gelb sieht's auch nicht schlecht aus. Aber das ist halt so eine Geschmackssache, wie man das haben möchte. Das würde 14,40 Euro kosten. Ich verdiene da so gut wie gar nichts dran, wie gesagt. Also vielleicht ein paar Cent. Und ich wollte das einfach nur machen, falls jemand daran Interesse hat, dass er sich dadurch so ein T-Shirt vielleicht gönnen könnte. Wenn er will und damit rumlaufen möchte. Ist ja nur für die Fans. Und, ähm, ganz einfach. Alle Links in der Beschreibung. Facebook. Auf jeden Fall mal vorbeischauen. Gefällt mir drücken. Ähm, um halt neue Informationen über irgendwelche Sachen, die ich einfach mal so poste, zu erhalten. Und, äh, einfach hier mal vorbeischauen. Vielleicht wollt ihr ja so ein T-Shirt kaufen. Weiß ich ja nicht. Könnt ihr euch ja einfach mal angucken und überlegen. Und das war's eigentlich von diesem Ankündigungsvideo. Und bitte bei, ähm, Kadel vorbeischauen, den ich in die Beschreibung gepackt habe. Bis gleich oder... Ne, nicht bis gleich. Also danke fürs Zugucken. Und das war's. Tschüss. 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 Tschüss.